Herr Reithofer mag in mancherlei Hinsicht ein empfindsamer Mensch sein, als empfindlich kann man ihn aber nicht ernsthaft bezeichnen. Schließlich fährt er seit 28 Jahren Jahr ein Jahr aus mit dem Fahrrad ins Amt, das jetzt zwar kein Amt mehr ist, sondern eine Firma, mit der Herr Reithofer aufgrund ihres Gewinnstrebens eine weitaus geringere innere Verbundenheit empfindet, aber dennoch weiterhin Jahr ein Jahr aus hinradelt, mag es regnen, schneien, hageln oder die Sonne vom Himmel brennen. Am Freitagabend hat Herr Reithofer im hinteren Bereich seiner Mundhöhle ein leichtes Raspeln verspürt und sich deshalb einige Male geräuspert und zu seiner Frau gesagt, das liege bestimmt an den Rauchern, die nun, da sie in Wirtshäusern und Kaschemien nicht mehr dürften, hemmungslos den öffentlichen Raum vollpesteten und ihn zum Passivopfer ihrer gemeingefährlichen Sucht machten. Seine Frau hat kurz überlegt, ob ein Opfer nicht immer und grundsätzlich einigermaßen passiv sei, aber nichts weiter gesagt, weil sie ihren Mann kennt. Am Samstag hat Herr Reithofer beim Aufwachen festgestellt, dass er durch das linke Nasenloch keine Luft kriegt und den ganzen Vormittag auf die Autofahrer und ihren Dieselruß und Gummireifen Feinstaub geschimpft, den sie rücksichtslos wie eine Giftgaswolke über die Stadt legten, um den Teil der Bevölkerung auszurotten, der nicht in gefilterten Blechkabinen sitze. Als Herr Reithofer am Samstagabend auch noch schwindlig geworden ist und er sich statt zum Stammtisch zu gehen aufs Sofa setzen und unter unablässigen Murren eine unerträgliche Fernsehsendung anschauen hat müssen, hat seine Frau seine Stirn berührt und darauf bestanden, Fieber zu messen. Das Thermometer zeigte 39 Grad. Da habe er jetzt eben eine Erkältung, hat sie gesagt. Das sei auch kein Wunder, wenn man wie er am letzten Samstag nach dem Stammtisch bei minus 10 Grad mit sieben Bier in den Eisbach hineinradle und hinterher ganz uneinsichtig ohne heißes Bad ins Bett gehe. Am Sonntag ist Herr Reithofer richtig malat, besteht aber darauf, dass es eine Erkältung gar nicht gebe, sondern höchstens diverse Infektionskrankheiten, wie jetzt aktuell diese mexikanische Schweineseuche, die er, weil durch das tägliche Radfahren abgehärtet, bestimmt nicht kriege, zumal schon sein Urgroßonkel Koloman 1919 die spanische Grippe anstandslos überstanden habe, hinterher 105 Jahre alt geworden sei und wahrscheinlich heute noch lebte, wenn in nicht eines unglückseligen Tages auf dem Heimweg vom Stammtisch ein wild gewordener Autofahrer umgemäht hätte. Seine Frau fragt, ob er nicht ein Einsehen haben und sich wenigstens einen heißen Kamillentee machen wolle, aber Herr Reithofer tobt, er trinke ein solches Gewäsch generell nicht, da gäbe es nichts einzusehen und eine sogenannte Erkältung könne man selbst dann nicht kriegen, wenn man sich vier Stunden ins Eiswasser lege. Zum Entsetzen seiner Frau lässt er, um seine These zu belegen, die Badewanne mit kaltem Wasser volllaufen, wirft zu allem Überfluss noch das tiefgefrorene Suppenhuhn für Montag dazu und legt sich hinein. Als er nach einer halben Stunde mit blauen Lippen, heftigem Schlottern am ganzen Körper und einem wenig überzeugenden Triumphgesicht dem Bad wieder entsteigt, ist das Fieber tatsächlich zurückgegangen, allerdings auf 35 Grad, was seine Frau erst recht alarmierend findet. Nun gibt Herr Reithofer endlich doch nach und sagt, dann werde er sich eben nach dem alten Rezept seiner Großtante Anni einen Grog bereiten. Als er den halben Liter heißen Rum mit etwas Tee und Honig verzehrt hat, geht es ihm zwar besser. Bei dem Versuch, zu seinem sonntäglichen Nachmittagsspaziergang aufzubrechen, stürzt Herr Reithofer jedoch die Treppe hinunter, bleibt am Absatz liegen und kann, als ihn die alte Frau Reipeis in diesem Zustand findet, nicht mehr gut genug sprechen, um ihr klarzumachen, dass er nicht verletzt ist. Am Mittwoch ist Herr Reithofer nach langem Schlaf und intensiver Pflege einigermaßen wiederhergestellt, beschließt aber, sich vorsorglich krankschreiben zu lassen und frühestens übernächste Woche wieder in die Arbeit zu fahren, weil man schließlich nie wisse, welche Art von Teufelsinfektion man sich da anhängen habe lassen und es ohne Zweifel unverantwortlich sei, vor lauter blindem Leistungseifer als todbringende Bazillenschleuder in der Gegend herumzulaufen und nichtsahnende Kollegen wie ihn in eine derart missliche Lage zu bringen. Frau Reithofer seufzt, schüttelt das Bett auf und schweigt. Vielen Dank. Ich bin sehr dank. Ich bin sehr dank. Vielen Dank.